Hallo, ich bin der Kai van Autoscout und lasst uns heute mal ins Jahr 1997 zurückgehen. Das war wirklich ein interessantes Jahr mit Höhen und mit Tiefen. Höhen waren zum Beispiel, dass in England die Teletappis ausgestrahlt wurden, was eine enorme kulturelle Bereicherung war. Auf der anderen Seite lief es nicht so gut für Mercedes, weil in Schweden ist die A-Klasse umgekippt. Seitdem kennt jeder den Elch-Test. Ja und in Deutschland hat man entdeckt, dass Autos anscheinend doch Kulturgut sind, weil seit 1997 gibt es das H-Kennzeichen für Oldtimer. Ich habe euch mal fünf richtig tolle Autos rausgesucht, die dieses Jahr 30 Jahre alt werden. Was die Voraussetzungen sind dafür, das zeigen wir euch jetzt. Tja, fangen wir mit A an. Und was steht für A? Audi. Und zwar der Audi 80 B4. Tja, mit dem Audi 80 B3, der 1986 ausgeliefert wurde, war Audi der erste Hersteller, der ein Auto gebaut hat, in dem alle Flächen dreidimensional oder auch bombiert waren. Fachausdruck. Wenn man so will, kauft man eine Autodesign-Ikone. Der B4 kam 1991 auf den Markt und wirkte in meinen Augen noch gefälliger als der B3. Mit Quadroantrieb, Fünfzylinder und V6-Motoren warst du natürlich ganz weit vorne. Gut zur Erkenntnis da am Grill und an den lackierten Stoßstangen. Ab 1992 gab es den wunderschönen Avant und wer seine Altersvorsorge wirklich verblasen will, kauft jetzt den RS2 Avant mit 315 PS. Der wird in drei Jahren Haarreif. 1991 befand sich Deutschland im Rausch der Wiedervereinigung. Das müssen die beim Mercedes-Benz ein bisschen geahnt haben, weil schon 1981 haben sie begonnen, die neue Sonderklasse zu entwickeln. Ja, den W140. Ein für damalige Verhältnisse riesiges Auto. Heute Standard. Übrigens der Spitzname war Kohl-Benz. Zum Start gab es einen gemischlichen Reihen-Sechszylinder, einen tollen V8 und auch wieder einen V12. Ja, und warum ich gerade den W140 empfehle? In meinen Augen ist es der letzte richtige Ingenieur-Benz, der dieses unnachahmliche Gefühl einer Sonderklasse wiedergibt. Ein paar Gimmicks waren auch mit verbaut. Zum Beispiel war es das erste Auto mit dem CAN-Bus-System, Peilstäbe zum Einparken, doppeltes Verbundsicherheitsglas gegen die Lautstärke von draußen und einige Materialien waren sogar recycelbar. Wir haben den W140 schon mal getestet und ein sehr cooles Video über ihn gedreht. Die Corvette hatte immer mit ihrem Image zu kämpfen, weil anders als in den USA sind in Deutschland die Luden Corvette gefahren, während die Luden in den USA, Mercedes-Benz oder Cadillac gefahren sind. Neu war zum Beispiel der LT5 V8. Ein Motor, der zusammen mit Lotus entwickelt wurde mit 32 Ventilen und richtig hochdrehend. Ja, ein 8 cm breiteres Heck mit neuen 315er Schlappen drauf auf 11 Zoll Felgen. Frisches Design, also sah wirklich gut aus, was heute noch modern wirkt und ein aufgeräumter Innenraum. Übrigens das Digital-Tacho in der C4 kam erst in der C7 wieder. Und schon 1990 gab es elektronische Dämpfer mit drei Einstellungsvarianten, Tour, Sport und Performance. Bei mehreren Tests ist die C4 ZR1 großen Kalibern wie Ferrari Testarossa und Porsche 928 GT richtig um die Ohren gefahren. Die C4 ZR1 ein völlig unterschätzter Sportwagen. Da das Angebot für C4 ZR1 echt dünn gesät ist, empfehle ich die Suchauftragfunktion von Autoscout24. Wenn du die nämlich einstellst, wirst du sofort informiert, wenn eine online geht. Ist euch mal aufgefallen, dass eine Zeit lang alle Opel-Namen auf A geendet haben? Astra, Vectra, Zafira, Meriva, Agila, Tigra, Manta und den sein Nachfolger hieß? Genau, Calibra und um den geht es jetzt. Das Design war unaufgeregt aufgeregt und von hinten sieht der Calibra immer ein bisschen wie ein 8er BMW aus. Also finde ich, die Designer hießen Sherry und schnell. Passt zum Auto. Aber von innen, warum haben sie denn das Copic vom Vectra übernommen? Echt Gelsenkirchener Barock. Das muss man wirklich mögen. Bei den Motoren gab es einen 2.0, der war eher lahm. 2.0, 16V, schon besser. Und ab 1992 gab es den 2.0 als Turbo. Echt ein schnelles Auto, oft heftig getunt. Ja, und dann gab es noch einen V6 und natürlich Allrad mit viskose Kupplung. Achso, und manche Modelle sind aus Finnland gekommen. Die gelten natürlich als nicht so rostanfällig. Kleiner Tipp von mir. Eine Legende besagt, dass 1979 ein amerikanischer Autojournalist Kenchi Yamamoto, damals Entwicklungschef von Mazda, gefragt hat, was denn in der Palette des Autoherstellers noch fehlen würde. Daraufhin hat Kenchi Yamamoto gesagt, eigentlich fehlt uns noch ein leichter Sportwagen, wie ein britischer Roadstar, aber mit der Qualität vom Mazda. Es dauerte noch mal zehn Jahre, aber dann war er da. Der erfolgreichste Roadstar aller Zeiten. Und er kam aus Japan. Autolegende. In den USA, wo der Wagen übrigens Miata hieß, was Belohnung bedeutet, war er mega erfolgreich. Und jeder Meter in einem MX-5 ist eine Belohnung. Das ist dank Frontmotor, Heckantrieb, knackiger Schaltung und offenen Dach auch irgendwie logisch. Etwas Englisch ist dagegen der Rost. Der ist leider bei den ersten Modellen ein Thema. Sonst wäre das Auto wahrscheinlich zu gut gewesen. Tja, und wenn hier einige Männer glauben, das wäre ein Frauenauto, nun ja. In den USA kneten einige Tuner einen V8 in den Wagen. Dann passt es wieder. Ich hoffe, wir haben euch auf den Geschmack gebracht. Mein Tipp ist, kauft euch einen Oldtimer. Das macht wirklich glücklich. Und bei der Suche helfen wir euch natürlich gerne. Schaut vorbei auf Autoscout24. Ciao, euer Kai. Musik